Kommen ja nun ja Yo Leute was geht herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Smash habe ich lange nicht mehr gespielt Ja ich bin seit lange wieder mal auf dem Shotball Server Ich hatte einfach wieder mal Bock drauf Ich hoffe ihr euch gefällt es auch natürlich Es startet auch gleich noch Ja Kathedrale oder so Keine Ahnung Und los Die Map kenne ich jetzt noch nicht Okay Mal schauen Einer ist jetzt ernsthaft schon gestorben Das muss mich verarschen LOL wieso kann ich fliegen Das ist ja echt ein Stück Scheiße Das ist voll die große Net Ich bin nicht klar Aber okay Okay Teem in die oder was älter Ich verarsche mir Okay die Item ist ja hier Ich schlau die noch fucking älter Brauche ich aber nicht Da oben ist ein älter Schatz glaube ich LOL Wie kommen wir da hoch ey Ja okay Ich schlau dich einfach drüber zu Nicht mal ein Skinner Ich bin nicht klar Aber ich bin nicht klar Wo ist die jetzt? Ja jetzt Ich bin nicht klar Ich bin nicht klar Ich bin nicht klar und und Juli Sölter im ersten Wasser dann wollte ich eigentlich nicht drauf gehen, war nur versehen, ne? Ich brauch was zu essen, oder so, wer es noch ist, hm? Ich hab jetzt so 250 Prozent, Alter, was ist denn die Scheiße? Ich rack die AI, Alter, oha! No, not back. Ja, nie. Ich hab not back. Kannst du auch probieren, gerne. Was sind die Teppen, Alter? Da oben ist einer. Vielleicht auf dem Haus oben drauf, okay. Hey, wo ist der andere? Muss ich dir jetzt ernsthaft auf das Suchen gehen. Komm runter. Ich hab noch recht, du Opfer. Yo, was für einen Locklock ich habe, ey. Opfer. Wir springen hier rum, wieso ist der andere Opfer hier, ey. Ach, Leute, wie lange dauert denn die Scheiße hier? Ach komm, hier. Ach komm, hier. Ich kill dich, du Opfer. Ich hab noch mal. Ach, ja. Richtig lang die Runde hier, Mann. Ich hab über 300 Prozent. Ich krieg mich einfach nicht. Der Big Mac King hackt. Ich hack nicht, Alter. Nein. No, not back. Du Opfer. Ja, das siehst du doch, als ich noch weg hab, du Opfer. Sein Ernst? Was? Ich hack nicht, Mann. Was willst du? Ja, GG. Topkiller bin ich natürlich noch. Alter, ich hab noch wirklich nicht, Alter. Was ist sein Problem? Äh, das gleich noch ne Runde machen hier. Und sie sind rausgegangen. Alles klar, dann eben nicht. Äh, ja, Leute, ich hoffe, es hat nicht wieder mal gefallen. Äh, vielleicht soll ich es öfter mal bringen. Schreibt in die Kommentare oder so, keine Ahnung. Äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen natürlich wieder, um 18 Uhr, wie immer. Haut rein und ciao.